Das ist Melanie. Sie hat ein ganz normales Leben mit einem gut bezahlten Job, einer kleinen Familie, einer schönen Wohnung und Eltern, die in der Nähe wohnen. Aber sie kann nur in Vollzeit arbeiten, weil ihr Chef ihr teilweise Homeoffice erlaubt. Während Melanie im Büro ist, sind ihre Kinder in einer Tagesbetreuung. Die Mehrkosten dafür kann sie von der Steuer absetzen. Melanie muss sich auch keine Sorgen um ihren pflegebedürftigen Vater machen. Dank einer guten Versicherung ist er gut versorgt. In Notfällen kann Melanie aber immer auf Verständnis ihres Arbeitgebers zählen. Während ihrer Schwangerschaft konnte Melanie viel Stress vermeiden, da sie gut informiert und vorbereitet war. Um es allen Menschen in der schwierigen Balance zwischen Arbeit und Familie so leicht wie Melanie zu machen, gibt es die neue kostenfreie Plattform Familie-und-Beruf.online. Denn dank umfassenden und zuverlässigen Informationen, Kontakten und Tipps, ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf deutlich zu verbessern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017